Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben und Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von Shadow Gambit, The Cursed Crew. Wir müssen diesen Bolzen da einsammeln. Ich kann aber mit Theresa hier nicht runtergehen, das ist natürlich Glück. Deine Truhe hat gar keine Grenzen, verstanden. Ich nehme die Theresa mal runter. Gehen wir mit Quentin wieder rauf. Ich probiere jetzt gar keine Frucht aus, du Lady. Was zieht er so? Da kann ich nicht hochgehen, ne? Ne. Das ist natürlich blöd. Aber ich könnte ihn da erledigen. Ne, sie haben was gemerkt. Weißt du, wir gehen mal schnell runter mit den beiden. Einfach weil... Ja, warum nicht? Nochmal hoch. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Hilf mir. Ich muss jetzt da in die Mitte reingehen. Ist halt die Frage, töte ich alle? Oder geh einfach so da rein. That's the question. Shit. Weg da. Okay. Mach's ja so. Dann da nach drüben. Haben ist besser als wollen. Haben ist besser als wollen. Das ist korrekt. Es ist aber unnötig, jetzt da hoch zu gehen. Ja, mach deine Wurzeln lang. Was auch immer. Hol die Theresa runter. Oh, ich möchte hier. Oh, ich möchte hier. Oh, ich möchte hier. Ein Busch zum Verstecken. Platz da, flinke Pflanze. So. Es geht. Jedem Wasser verdient. Okay. Zieh mich ja nicht über den Tisch. Okay. Recht ist so. Heul doch. Okay. Also will ich nicht, aber... Hm. Aber jetzt am besten. Ich muss einen anlocken. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, speicher mal. Der ist nicht so geil auf den Kopf, ne? Hm. Was sieht er so? Nicht... Aber er sieht's. Okay. Das könnte klappen. Nochmal speichern. So, nehm' ihn mal mit. Können wir den irgendwo runterwerfen? Können wir nicht. Okay. Ist jetzt halt so. Ist okay. Ich werde sie anlocken. Schneiden, sonst geht's ab in die Ruhe. Hm. Das Problem ist, die beiden kommen immer gleichzeitig. Boah. Glück gehabt. Okay. Wenn der jetzt Alarm... Den Alarm ausgelöst hätte. Dann wär ich am Arsch gewesen, du. Okay. Dann lass den mal kommen. Na los. Guck mal. Glitzer, glitzer. Ja, ja, ja. Gut. Aber den... Den auch nicht runterwerfen. Weißt du was? So. So, den können wir auch so töten. Merkt da jetzt keiner mehr. Knallharter Kunde. Knallharter Kunde, ja. Okay, dann gehen wir doch noch schnell da rauf. Holen den Bolzen für die Träser. Oh. Guck mal. Ich halte fest, was mir gehört. Hm. Sehr gut. Strange Schnur. Ich... Die da auch machen können? Die Rote reicht weit. Okay. So, speichern. Ganz wichtig. Die Frage ist, wie viele Schlüssel braucht ich noch? Keine Ahnung, Mann. Er hat echt schnell wachsen. Seelen aus der Erde. Das Feuer verzehrt sich nach uns. Ich halte fest, was mir gehört. Mach du das. Lock ihn mal an. Ja, da siehst du was, hm? Hä? Okay. Shit. Da ist die Range nicht gut genug. Okay. Er sieht mich nicht. Das ist ja immer noch gut. Okay. Bereit zum Dienst. Sie wollen alle an meine Reichtümer. Bereit zum Feiern. Okay. Da rumstehen. Licht tanken. Das würde von der Range jetzt reichen. Weichern wir erst mal. Wird Spaß machen, dahin zurückzukehren. So, jetzt ist die Frage... Erasa. Para servile. Brauchst du was? Willst du woanders weitermachen? Nein, ich verlasse meine Posten. Nein, scheiße. Ich kann den nicht... Ein Schlag auf die Finger. Würde es so gehen? Ja, aber es bringt nicht viel, ne? Hm. Ja, doof, ne? Ja. Das Urteil ist klar. Die Gnade der Maid. Okay. Was war das denn am besten? Hm. Die weiße Krähe ist bereit. Hab ne Idee. Den muss ich jetzt halt einfach ein bisschen unkonventionell töten. Der Erquickung für die Toten. Und zwar hauen wir mit zu Lady und Quentin ab. Ja. Und mit Theresa machen wir einfach... Zack. Gut. Sollen sie nur kommen? Komm mal her. Kommt die... Oh shit, die kommen runter. Huh. Glück gehabt. Haben die uns gesehen, oder? Und noch ein dritter. Das ist natürlich scheiße. Gwentin ist tot. Shit. Ja. Die sind alle gekommen. Scheiße. 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 Geh mal weg da. Ja. Ich muss wieder... Vor drei Minuten. Ist das scheiße. Wie wieder hier oben. Okay. Weil jetzt nicht die beste Idee, die ich hatte, ne? Bei... So blöd war es ja auch wieder nicht. Es dauerte einfach ein bisschen seine Zeit. Das ist es halt. Oh, meine Katze kommt wieder. Geht wieder an den Stammplatz. Meine Katze schläft immer neben mir, wenn ich Videos mache. Ja. Theresa. Wieder dein Einsatz. Ein Leben. Ich bin deine Henkerin. Okay. Gut. Hab einen guten Kopf in meiner Truhe. Wir sollen jetzt alle mal hochgehen. Wir warten jetzt einfach. Wir warten. Wir warten. Na los. So. Jetzt können wir wieder hochgehen. Weil jetzt sind sie weg. Ne, da kommt noch mal einer. Scheiße. Scheiße. Den Femaledeiten-Tropf. Ja, scheiße, ey. Rektifika. Genau. Gehen ist für uns verloren. Gehen ist gut für dich. Oh. Kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Reich an? Warten wir nochmal ein bisschen ab. Es sind ja eigentlich nur zwei, die kommen, ne? Ne, jetzt kommt noch ein dritter. Das Feuer lächelt nach deiner Femaledeiten-Seele. Hm. Was ist das? Keine Fackel darf ohne Flamme sein. Da komme ich nicht rissen. Mein bestes Stück. Ist das? Ja, guck mal. Sehr gut. Gut. Er sitzt ganz alleine hier. Zack. Gut. Dann macht die Fackel wieder aus. Und wir gehen hoch. Einer nach dem anderen gehen wir wieder hoch. Scheiß auf die da drüben. Gehen jetzt einfach hier rein. Na los. Bereit zum Dienst. Das finde ich gut. Das ist eine gute Einstellung. So. Speichern. Kann ich theoretisch den hier hinlocken? Ne. Hm. Ich muss meinen Ritus der Patrouille fortsetzen. Ja, komm. Lass den mal liegen und dann nehmen wir mit der Angel den Kollegen mal mit. Den da auch, komm. Jetzt habe ich auch den Bolzen wieder. Gibt's einen Schatz? Hm. Was ist mit ihm da? Ja, komm. So. Ist halt die Frage, wie machen wir das jetzt? Immer ein bisschen näher rangehen. Jedes Mal, wenn die sich drehen, könnten wir theoretisch näher rangehen. Hm. Das ist ein guter Plan. Ein sehr, sehr guter Plan. Ja. Und jetzt? Die machen wir es am besten. Mal einen können wir ja mal anlocken. Okay. So. Du, Lady. Teresa. Quentin. Keiner hat was gemerkt. Mach den da auch mal weg. Fällt der runter? Nee. Ja, jetzt müssen wir noch nicht gerade speichern. Mal, ey. Shit, ich muss ja runterkommen. Aber ich kann hier eine Tür aufmachen. Okay. Ähm. Speichern. Dachte ich mir. Oh, ich hoffe, mir schmilzt nicht der Kopf. Eure Seelen halten Stand. Ihr seid nicht in unmittelbarer Gefahr. Oh, ich frage mich, wie wohl die Inquisition da unten bleiben kann. Feuerscherben. Alle Sand. Die meisten von denen genießen wahrscheinlich noch den Wahnsinn. Ja, dann sollen sie es halt genießen. Es ist ja... Es ist ja ihr Problem, nicht meins. So, das sind... Ja, es sind auch wieder einige, ne? Oh, ich kann eine Menge Sachen wachsen lassen. Also, wir speichern erst mal und dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.